hallo und willkommen zu einem neuen video heute spielen wir wieder minecraft und komischerweise ist wartet mal leute wer sind sie hallo wer sind sie denn was machen sie in meiner aufnahme hallo menschens kinder immer diese türanien leute könnt ihr bitte mal mein kumpel santi bots abonnieren wäre echt nice erst mal nehme ich mein kumpel das schwede kommt da einfach und meint mir er muss aber aber wer sind sie denn eigentlich können sie mir das vielleicht mal erklären also ich bin da da finn ja und ich mache auch youtube ja und ich betreibe den kanal feinstar tv und ich weiß nicht warum ich hier bin ich war in der stadt und da wollte ich auf einmal war alles schwarz und dann habe ich mich hier befunden ja okay dann glaube ich mich einfach mal zu dir und ich tröste dich ein bisschen ja aber ich würde sagen wenn wir zwei doch schon mal in einer minecraft welt sind ja ich glaube dann sollten wir auch zusammenarbeiten ja das sehe ich auch so ja also was wollen wir denn so als erstes machen wollen wir vielleicht als erstes irgendwie holz okay mit meinem kopf okay ich probiere mal das ist doch bestimmt weh was machst du ich hab hunger du hast hunger ja ich hab herzlich willkommen in dem projekt mc geo ja perfekt ja perfekt kreativer name kreativer name von finster und dem santi boz hi und willkommen zu einem projekt auch dem ersten projekt auf meinem kanal und da ist der finn der rastet ab und zu manchmal ein bisschen aus er hat so ein bisschen autismus und so ja das habe ich mir durch die nase reingezogen ja so ein bisschen mehl hat er mir erzählt und dann meinte er das ist ganz normal habe ich gesagt okay ich vertraue dir da einfach mal wenn das normal ist willst du auch mal ein bisschen mehl haben nee nee danke ich will nicht den stoff haben den du genommen hast das reicht mir wenn ich das an dir schon ertragen so meine süßen ja nachdem wir eine person gefunden haben die meint die äh dass sie mich schlagen muss oder einfach mal hier in mein video crashen muss und ich jetzt mit der ein projekt starten muss nein spaß alles gut jo aber ich meine finn wie geht es dir denn ich meine wurde es ja aus einer stadt geworfen erzähl mal ein bisschen ja also ich bin halt durch die stadt gelaufen und dann habe ich auf einmal irgendwelche rufe gehört so ich rufe so so dann habe ich mich ja ich bin jäger so und dann habe ich mich um genau da habe ich mich umgedreht und auf einmal sah ich santi vor mir mhm und dann habe ich nur noch gesehen wie es schwarz wurde und dann war ich auf einmal hier so und jetzt ja bauen wir hier uns irgendwas welche werkzeuge perfekt ja das sehe ich komischerweise genauso ja das das ist das ist modern das finde ich auch gut also oh mein gott jetzt fängt es auch noch an zu regnen ja mach mal den regentanz was mach mal den regentanz äh huga 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 h h es wird aufzuregnen du bist ja ein magier ja hattest oh tatsache warte mal da ist ein haus ne wo da lol das habe ich gar nicht lol oh ja jetzt gehört sie Ich habe ein Schwert. Ja, okay, Entschuldigung. Aber sag es nicht meiner Mutti. Jetzt kommt zurück. Hier, her, hallo. So, hallo. Aber was ist das hier? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ein Häusler. Klopf, klopf. Hallo. Machen Sie die Tür auf. FBI, open up. Okay. Oh, warum gibt es denn zwei Eingänge? Wo ist die Logik? Ich brauche mir Hilfe. Oh, es geht nicht. Das habe ich von zu Hause mitgenommen. Ja, ja, ist nicht abgebaut oder so. Willst du hoch? Ich habe Angst. Ist oben was? Warte, ich habe ein Schwert. Warum sind hier Bäume? Hä? Wait. Warte, kann es sein, dass hier vielleicht irgendwo eine versteckte Truhe ist? Das wäre doch geil, oder? Das wäre extrem geil. Warte mal. Trühlein, Trühlein an der Wand. Wo ist die Kiste im ganzen Land? Komm, der war gut. Ja, der war gut. Kiste, hallo. Frau Kiste. Kiste. Mrs. Kiste? Oder wir zünden einfach gleich das ganze Haus. Ja, genau, das sehe ich auch so. Warte, ich habe gar kein Feuerzeug dabei. Du? Ich muss mal in meiner Tasche gucken. Warte mal. Schnell, Cheat. Ah, nee. Hab keinen Swit. Schade. Doch, warte, hier. Oh mein Gott, ich wurde angeschossen. Vielleicht ist es der Besitzer. Der Besitzer? Hallo? Ah. Oh, oh, ich wurde auch vom Besitzer angeschossen. Nein. Oh, oh, oh. Schade, 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 schade. Ab in den Krieg. Ab in den Krieg. Du tötest mich noch. Aua. Ich bin gleich tot, ne? Oh shit, oh shit. Es schießt auf mich. Nein, es schießt auf mich. Nein. Frau Skelett. Oh, ich habe es gefehlt. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben offiziell ein Skelett getötet. Aber. Hallo? Ich habe. Ja. Oh shit. Guck mal. Es kommt, glaube ich, noch ein Skelett zu dir rein. Das kann sogar an die Türen. Nein. Oh, ey. Nee, ne? Oh shit. Zombie, Zombie, Zombie. Ja, mach doch die Tür zu. Ja, ist das kranker. Ich kann mich mal ein paar Mal sehen. Ey, rede nicht über meine Behinderung. Nein, lass das, lass das, lass das, lass das. Sonst kommt der Zombie durch, ne? Oh. Boah. Kann das jetzt vielleicht mal wieder hell werden? Ich meine, das... Mach mal. Ich finde die Atmosphäre hier nicht so schön. Mach mal. Ach, sonst töte mich bitte nicht, sonst bin ich tot. Mach mal den Wettertanz. Äh, nicht den Wettertanz, den Morgentanz. Oh, das hat sogar geklappt. Ja. Ach, seh. Das finde ich echt gut. Ja, sehe ich auch so. Oh, unser Nachbar. Hey. Ist das jetzt eigentlich unser Haus, oder? Was soll das hier werden? Nee, ich hab ja hier schon mal in der Welt ein bisschen rumgeguckt. Und da hinten... Ach so. Ja. Äh, ist, glaube ich, ein Dorf. Ein Dorf? Ein Dorf. Da müssen wir mal hinschauen. Aha. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, was wir hier haben. Was denn? Ach, wir haben hier Zimt. Äh, nicht Zimt, Vanille. Vanille? Ich hab gehört, wenn du Vanille isst... Oh, schau, das kann man nicht essen. Koste mal, riech mal dran. Eine schöne Blume. Ah, ja. Geil. Wow. Ja. Jit. Ja, Jit. Wuhu. Oh, was ist das denn? Sind das Äpfel? Ich glaub... Ich glaub, der Stoff hat nach... Äh, hat... Nebenwirkung. ...aufgehört zu wirken. Hilfe, Hilfe, ich bin gleich tot. Oh. Ja, Santi? Ich bin das erste Mal gestorben, hey. Oh mein Gott. Wo bin ich? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Hallo. Hallo. So, guck mal, was ich habe. Ich hab einfach Avocados. Oh mein Gott, es gibt Tomaten und Radieschen. Oh mein Gott, es gibt hier aber so viel Gemüse. Ich hab Avocados. Ich hab sogar eine Rose hier. Oha. Ich hab einfach Avocados. Warte, ist das Lauch? Bist das du? Äh, ja, ich hab auch... Ich hab Knoblauch. Ich hab Porree. Doch, Frühlingszwiebel, du bist hier. Guck mal. Hallo. Hallo. Sag, sag, äh, hallo zu deinem eigenen Ich. Hallo. Warte. Hi. Kann man das essen? Ja. Ich hoffe. Oh, geil. Frühlingszwiebel. Äh, cool. Das ist das böse Skelett, was mich getötet hat. Das wäre ein... Ich muss nicht gehen. What? Es gibt Babyskeletts. Was? Zeig mal. What? Das hat sich gerade selber umgebracht. Oh. Okay, die haben sich gekämpft. Es gibt... Es gibt... Es gibt Babyskeletts. What the fuck? LOL. Das wusste ich nicht. Schattiger Garten. Ey, komm mal her. Was habe ich denn hier? Ich habe einen schattigen Garten. Was ist... Her damit. Hast du gerade mal einen schattigen Garten abgebaut? Ja, habe ich. Nein. Hast du... Hast du was dagegen? Ja, habe ich. Hast du was dagegen? Ja, komm. Wir tragen es aus. Los. Faust. Aber ohne... Oh, 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 oh. Ja, jetzt kommen wir riechen. Oh mein Gott, es gibt Peanuts. Nein, nein, nein. Bra booth. Her, sind das Peanuts? Was ist das? Hallo? Warte mal. Was ist das? Hi. Das sind Walnüsse. Ach so, lol. Lecker, lecker. Ey, das ist... Oh mein Gott, das ist ja genial. Geil. Walnüsse wollte ich schon immer mal essen. Ich glaube, ich habe eine Walnuss... Nee. War eine Erdnussallergie. Warte mal, Marihuana Was? Marihuana? Ne, weil hier so eine Pflanze ist Also ich habe vier verschiedenen Ich habe drei verschiedene Arten von Marihuana Willst du mal sehen? Also einmal den Stoff hier Dann den Stoff Und den Stoff Ah ne, mag ich nicht Aber wo ist das Dorf, wovon du erzählt hast? Ich glaube, warte mal, lass mich mal schauen Also da ist die Spinne Da ist die Kuh Da ist die Kuh Da hinten ist siege Delta Okay, ähm Das heißt, Osten ist da 7 plus 7 ist 25 Und 33 Ist die Zahl von, äh, die Superzahl Das heißt Ist der jetzt Illuminati oder was ist los? Ich habe im Eurojackpot gewonnen Alles klar Ne, also ich glaube, ich habe das Dorf Bei meinen Kunden irgendwo hier in der Nähe gesehen What? Alter, das ist eine Geniale Ich fahre mir jetzt einfach alles ab Ist mir egal Ja, perfekt Jo, es gibt ja Gurken, lol Ja, es gibt Gurken Es gibt sogar Chilischoten, ne? Oh mein Gott, tatsächlich Es gibt Erdbeeren Erdbeeren? Erdbeeren Was? Ja Tatsächlich, oh mein Gott Lol Ja, voll krass, ne? Ja, ich schenke dir eine Erdbeere Ja Ich habe ein Standbild, warte mal So Ich will, ich will die Chilischote essen Achso, dann hier Danke Ah, nee, es sind gar keine Das ist Chilischote, hier Dankeschön Warte mal, was ist das da hinten? Was? Da hinten ist was Da hat was Da bekommt was Schaden Siehst du das? Was? Oder Heilung? Hey, da siehst du es nicht? Ah, tatsächlich Achso, das ist ein Skelett Und da ist eine Ruine Hä, das Oh nein, das ist ein Skelettenboss Den werden wir jetzt nicht Den müssen wir mit zählen Weil wir mit dem kämpfen wollen What the? Hä? Was zur Hölle ist das? Skelettboss Ja, ein Skelettboss, wow Okay, komm, ja, warte mal Warte, wir müssen Wir müssen da taktschran Nein, ich will Oh mein Gott Hier ist ein kleiner Oh mein Gott Oh mein Gott Hilfe Hilfe SOS Affenalarm Lass mich in der Tür Oh mein Gott Der gibt Wurzer Und der lässt das Schwert Aus der Hand droppen Hier sind komische Kristalle Hilfe Okay, den kriegen wir nicht Den kriegen wir nicht Den kriegen wir nicht Ich hab Nein Ha Ha Meine Items Bleib mal dort, wo du bist Schiene Erdbeere essen Hm, lecker Danach kommen Sind die Walnüsse dran Aber was ist das denn? Meine Items Ich hab sogar, ich hab mir sogar eine Spitzeckel gecraftet Oh mein Gott, ich hab Kristalle Wo bin ich denn gestorben? Wo sind sie nun meine Items hin? Oh mein Gott Meine Items sind weg Was denn der Items sind weg? Aber ich hab Kristalle Echt? Zeig mal her Lass mich dran mal schnüffeln Was? Nein Ich lass dich da ran Bestimmen Oh mein Gott Renn Renn Rein um deinem Rein um deinem Rein um deinem Rein um deinem Rein Da ist ein roter Pfeil oben auf dem Dach Ist das das Dorf, was du meinst? Ja Aber Das Also der rote Pfeil war vorhin Dann noch nicht drauf Ich wollte dir ein Kristall von mir zeigen Ach, lass mich mal schnüffeln Oh, geil Ich glaub, das vergesst du noch mal schnell Oh, hier ist ein Villager Hallo, Herr Villager Haben sie Sagen sie mal Traden sie Kristalle Also, nicht mit Santi Nicht mit Santi Oha Ey, wenn ihr jetzt so ein Eisbolem wäre Warte, ich muss wieder den Wettertanz machen Ja, machen wir den Wettertanz Oh, ja Hier gibt's, äh, Dings essen Wusstest du, wenn du rechts klickst Guck mal, du musst dich abbauen Sneake und drück links klick Da kannst du das so abbauen, ne? Ja? Ja Cool Das heißt, du musst mich nachpflanzen Ja, gefällt mir Oh, kattuflas Kartoschkas Oh mein Gott, hier ist ein Zombie Warum brennt der denn nicht? Warte, ich schlag dich jetzt mit dem Lauch Mit mir Lauch Lauch Und ich schlag dich mit meinem guten Kristall Aua Aua Warte, ich will den auch mit meinem Kristall schlagen Wir mobben den jetzt Ja, Mobbingkreis Mobbing Wie in der Schule Ach geil Schilischoten Yes So, und nachdem wir diesen Zombie gemobbt haben Würde ich auch gerne das Video beenden Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja anders auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung nacht Das nächste Video kommt bei dem lieben Finn Star Und ich hoffe, wir sehen uns wieder Wenn es heißt Santi und Finn sind aktiv Tschüss Tschüss Ich bin Santi Tschüss Ich bin Yoshi Ich bin warm Das nächste Mal Ich bin absolut Es ist Schön savez Bis zum nächsten Mal.